Ich präsentiere den ersten Wein, das ist ein Pinot Blanc. Pinot Blanc ist ein leichter Wein für Angangsplatten, Charcuterie, Qualitäten, und der Pinot Blanc wächst auf der Ebene. So ein runder Kokonat. Und dann den Wein ist 2013er, ein Wein, den man jung trinken muss. Es ist sehr blumig, ein bisschen spritzig und trocken. Copyright Untertitelung. BR 2018